Jo Leute und damit willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal und in diesem Video soll es mal um alle Lösungen von den neuen Woche 7 Herausforderungen gehen und ich würde sagen, wir labern gar nicht weiter drum herum, wir fangen direkt mal mit der ersten Aufgabe an und der erste Auftrag wäre hier eliminiere IO-Truppen und hierfür gibt es dann drei Orte, ich bin jetzt hier direkt bei Greasy Grove und Rocky Wheels und da sehen wir auch schon hier rennen die IO-Wachen rum und die müssen wir halt eliminieren und eigentlich dachte ich halt, dass als Truppen dann mehrere gemeint sind, aber eine einzelne IO-Wache wird als Truppe gezählt also wenn man eine eliminiert, dann hat man so gesehen auch einen Punkt für die Aufgabe und ich habe halt vorhin in der anderen Runde schon zwei eliminiert deswegen musste ich gerade nur eine eliminieren und bin auch schon fertig damit und das Gute ist, wenn wir gerade schon bei dieser Station hier sind, dann können wir direkt noch einen anderen Auftrag machen und zwar ganz genau den Auftrag, interagiere bei einer Bohrstelle des Bohrteams mit einem Computerterminal das geht also auch bei diesen drei Orten hier und da sehen wir nämlich hier so einen Computer, wo wir einmal scannen beginnen können und der Auftrag ist auch schon fertig, also wirklich super einfach, das kann man dann direkt machen, wo die IO-Truppen auch sind und dann machen wir einfach mal direkt weiter mit der nächsten Aufgabe und zwar wirf eine Klombeere, während du dich im 10 Meter Umkreis eines Klombos befindest hier vorne sehen wir auch schon so einen Klombo und der kann eigentlich überall spawnen hier wo ich gerade bin, ist der eigentlich relativ oft und die sind auch gerade diese Klombeeren, die wir uns kurz mal einsammeln werden und jetzt rennen wir einfach mal zu ihm hin und werfen die dann gleich wie gesagt in einem 10 Meter Umkreis so ich denke mal das sollte so passen, ich schmeiße sie einfach mal hin und dann sehen wir auch schon den Auftrag fertig mehr mussten wir gar nicht machen, also der musste nicht mal essen wir müssen hier einfach nur schmeißen, das reicht schon, aber er wird sich die jetzt sowieso nehmen weil ich glaube der mag die auf jeden Fall ziemlich und ja relativ einfach der Auftrag, ich blende mal kurze Karte ein, darauf sind die ganzen Klombeeren Orte markiert gibt es sehr sehr viele von, aber diesen Klombo zu finden kann schon ein bisschen schwieriger sein aber ansonsten ist der Auftrag auch sehr einfach machen wir einfach mal weiter mit einer sehr sehr einfachen Aufgabe und zwar sammle verschiedene Waffentypen bei Shifty Chefs oder Sanctuary auf und mit verschiedenen Waffentypen sind einfach zum Beispiel jetzt Maschinenpistole, Pistole oder Shotgun gemeint ich habe schon zwei aufgesammelt und ich sammle jetzt noch eine Pistole auf und dann ist der Auftrag schon fertig also man kann einfach ja hier wie gesagt eine Maschinenpistole einmal aufsammeln, eine Pistole und dann auch irgendwie eine Shotgun und dann ist das ganze auch schon fertig, also ist auch wirklich sehr sehr einfach sowas wie Sturmgewehr zählt natürlich auch hier unten hätte ich jetzt zum Beispiel einfach mal drei Waffentypen am Start also ganz leicht und dann machen wir direkt weiter mit dem nächsten Auftrag, der sehr sehr einfach ist und zwar Zerstöre Objekte während du auf einer Quadramme sitzt das sind die Quadrammen, die sind eigentlich überall verteilt, die gibt es überall und ja wie man sieht Bäume kaputt machen, Zäune kaputt machen, das zählt alles, 4 von 3 einfach gegen die Bäume oder gegen die Gebüsche fahren, das zählt, das ist wirklich sehr sehr einfach hier einfach mal durchs Gebäude durch, am besten mit Boost und dann sieht man schon 29 von 30, ich glaube die sollte jetzt auch fertig sein so Auftrag abgeschlossen, also ja sehr sehr einfach Quadram, wie gesagt gibt es überall ich habe die jetzt schon sehr so oft hier so in dem Bereich gefunden überall bei diesen ganzen kleinen Tankstellen und Häusern stehen meistens auch Quadram rum einfach mal nachschauen, sehr einfach und dann kommen wir zu einem Auftrag, der vielleicht ein bisschen schwieriger ist und zwar für Gegner mit einer Granate oder einem Granatwerfer Schaden zu der Granatwerfer ist wieder zurück ins Spiel gekommen, nach sehr langer Zeit den zu finden ist auch ein bisschen schwieriger, den gibt es glaube ich auch nur in Vorratssieferungen die normalen Granaten findet man natürlich öfter, die liegen auf dem Boden rum oder sind in Kisten so hier habe ich gerade welche aus einer Kiste bekommen und da steht auch gerade schon ein Typ rum, wahrscheinlich auch ein Bot da können wir das Ganze dann easy machen und zack, den haben wir jetzt eliminiert und das sollte eigentlich auch schon direkt zählen wie gesagt Granate oder Granatwerfer, ja da sehen wir schon fertig was ich aber eigentlich zeigen wollte ist, hier zum Beispiel bei Logjam gibt es auch so eine kleine Station mit diesen IO Wachen und das wäre dann so mein Trick bei diesen IO Wachen einfach mal die Granaten hinzuschmeißen sollte eigentlich auch zählen, aber die wurden wohl scheinbar gerade hier schon eliminiert damals hat das aber auf jeden Fall immer gezählt probiert es einfach einmal aus, nimmt Granaten, die man sowieso überall findet schmeißt die mal zu diesen IO Wachen hin, sollte eigentlich klappen ja und dann bin ich jetzt auch schon beim letzten Auftrag angelangt und zwar baue Steine in der Tempelanlage in die Ruine oder beim Tümpeltempel ab die Orte werden auch direkt hier markiert, ich lande jetzt einmal an der Stelle hier das war eigentlich somit die einfachste Aufgabe, denn ja einfach nur Steine abbauen sollte wirklich easy sein weil wie man sieht ist hier auch glaube ich sogar alles aus Stein aber das Gute ist die dicken Steine hier sollten eigentlich auch zählen und die bauen wir dann direkt mal ab so 90 haben wir jetzt schon mal und ansonsten bauen wir dann einfach hier diese Statuen oder so ab und dann sieht man auch schon der Auftrag ist wirklich sehr sehr einfach die kriegt man super schnell hin sollte wohl wahrscheinlich mit einer der einfachsten Aufträge sein aus dieser Woche 200 haben wir jetzt schon und Auftrag abgeschlossen sehr sehr leicht, wie gesagt ich war jetzt bei dieser Tempelanlage die ist genau hier neben der Daily Bugle und so einfach geht das Ganze dann und somit wie man sieht alle Aufträge fertig komplette Woche 7 abgeschlossen